Die Firma FLEIK Kreativer Innenausbau verbindet innovatives und kreatives Design mit höchster Handwerksqualität. Ein Wohnzimmerumbau verlangt Einfühlungsvermögen und Gestaltungssicherheit. Wir entwerfen Lösungen im harmonischen Zusammenspiel von Raum, Form und Funktionalität. Alles beginnt mit einer sehr guten Beratung. Damit Ihre Wohnträume wahr werden, zeigen wir Ihnen die zahlreichen Möglichkeiten, sich behaglich einzurichten. Möbel von uns bieten den Vorteil, dass Sie nicht nur Ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen können, sondern dass sich Ihre neue Einrichtung den räumlichen Begebenheiten anpasst. Wer im Besitz von schönen alten Möbeln ist, möchte diese auch erhalten und integrieren. Wir legen allergrößten Wert darauf, dass Ihnen Belästigungen durch Schmutz und Staub so weit wie möglich erspart bleiben. Sämtliche Arbeiten werden sauber, zielstrebig und termingerecht von uns erledigt. Auf 3000 Quadratmetern Produktionsfläche fertigen wir in unserer Schreinerwerkstatt Einzelstücke oder komplette Wohnraumlösungen nach eigenem Design oder nach Ihren Ideen auf Maß. Mittels modernster Technologie und höchstem handwerklichem Know-how entstehen so Stück für Stück wahre Meisterwerke. Bei der Restauration alter und antiker Möbel bedarf es einer Mischung aus erlerntem Können, viel Erfahrung und der unumgänglichen Liebe zum Detail. Der vorsichtige Umgang mit wertvollen Stücken gehört zu den Herausforderungen unserer Arbeit. Die Endmontage bei Ihnen zu Hause wird durch unser bestens geschultes Fachpersonal freundlich, exakt und nach fest vereinbartem Termin durchgeführt. Hubert Fleick, Inhaber der Schreinerei Fleick, ist ein Künstler in seiner Arbeit als Innenarchitekt und Möbeldesigner. Seine Erfahrung und ein Team aus qualifizierten, gut ausgebildeten Handwerkern machen die Schreinerei Fleick zu einem der führenden Schreinerei-Unternehmen in der Region. Im Leben braucht man Partner, auf die man sich verlassen kann. Sie entspannen. Wir bauen um. Inhaber der Schraubung Inhaber der Schärfung Inhaber Inhaber der Schreinerei Inhaber der Schreinerei Vielen Dank.